aber dann spar ich meine 293 finde ich gut los geht's klick 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 61 rinde 61 die massenproduktions dinge sind einfach nur porno das ist ein ziemlich guter sport ziemlich viel zeit so ist das jahr der fasch dreizehnte in der warte schlafen alles wird nix ja vielleicht haben sich die anderen nicht angemeldet noch ich muss morgen wieder meine taschen ausräumen es ist schon wieder alles so vollgemüllt es ist das schrecklichste an dem spiel die taschensortierei dass das nicht machen kannst schlechte nicht schlecht du für das er hat dann rüstungsvorteile erheblich die rüstung Räparer 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 Ah! Oh Gott. 20 Minuten Das klingt nach heftigen Kampfen Ja, ich habe gerade 10 Sekunden langen Kicks gelockt. Ich hätte eigentlich schon lange Zeit vergessen. War gar nicht schlecht. Ich habe gerade was gekriegt. Wieso das? Wegen der Säge-Mülle. Warte vor der Säge-Mülle, oder was das war, oder was das war. Wir gehen ein Grau direkt aufs Tür. Die Säge bis jetzt. Oh, da ist er nicht gegen. Wo ist was? Ja, ja. Kiki-Goblin, okay. Nicht schlecht. Ach, wir müssen Kremmermatch die Heu-Rotten schon wieder entgegen, das gefällt mir gar nicht. Ah, du bist mit dem Kessel. Ei, ei. Die Beilkette wird einfach mal gekriegt. Die Ankette ist Garant. Ein Garant einfach. Ein Wunder, dass wir die Raids zusammenkriegen bei dieser Anknasche. Uh, die kommen von der Seite. Ui, ui. Die sind gerade von hinten, von hinten, von der bock gekommen. Das war ein Irrtum. Die Liste ist besetzt. Ui, ui, scheiße, wo schon mal ein Pfeil ist. Schriftzeiten dabei. Das ist Niklas. Der, der trifft. Scheiße, das ist Lootzone auch noch. Ja gut, super. Jetzt kann er mich voll weglooten. Was ist das? Was ist das? Das ist das? Das ist das? Das ist das? Ja, doch. Aber anscheinend... Ja, ja. Schulterplatten... Meistliche sind... Die ganzen Meistliche Ausrichtungen, die habe ich vergessen, wieder zu auflegen. Meine ganzen Ausrichtungsverbesserer hatten wir gerade genommen. Alle. Alle, was ich gehabt habe. Das ist eklig. Super geil. Ja, Herrschaftszeit. Aber jetzt auch. So, somit sind meine Reparaturoptionen gerade alle im Bach, habe ich gar keinen. Ei, 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 ei. Das Zeug ist nämlich da ja auch noch. Ich weiß, ja. Da hat mir jetzt gerade 25 Meisterliche Ding geklaut. Boah, 25. Und 55 gute. Ich weiß nicht, wieso das ein paar Mal alles Luftzone ist. Ich wäre eigentlich dabei gedreht. Ja, aber es ist sicher nicht. Ich weiß nicht, dass ich nicht mit dem Kastnerrenschiff in der Küche gespielt habe. Er hat sich nicht mit Öffnetschiff aufgenommen. Ich weiß nicht, dass wir die Kastnerner zusagen. dann geht es um ein wenig. Ich möchte einfach mit dem Kastnerner Grammisch auskennen. Ja, auch wenn wir neurosummen. Auch wenn das als Kastnerner wäre. Ich sehe nicht mehr mit dem Kastnerner ist. und da müssen Sie sicher nicht mehr mit dem Kastnern, sich тоже von den Kastnernern. Ich weiß nicht mehr und habe. Aber ich habe mich! So, dann heben wir mal die Duden auf. Äh, im Moment nicht. Das geht nicht. Ja, ich schon, weil grad Event ist und du kriegst jeden Tag Premium geschenkt. So geil. Ja, genau, nur deswegen. Weil danach kannst du ja WOT wieder nicht spielen, wenn du kein Premium hast. Oben gibt's eh nix. Ja, da ist keiner mehr. Die haben wir wirklich alle im Eingangsbereich geflachtet. Bitteschön. Man kann's die Mundverbände geklaut, muss man neu. Watt. Kannst du dir die selber herstellen? Ja, ja. Watt. Ich glaub nur kleinere, aber das ist ja egal. Üben, üben, üben. Wenn er am Beruf ist. Ich bin ja auch eigentlich hier oben, um die höheren Materialien zu fahren. Oh Mann, der springt da. Aber das haben sie mir grad alles geklaut. Ich hol mir meine Sachen im Moment hier von, ähm, Audenstader. Bin ich schon drin, ey? Ja, ja, die waren schon drin. Wir haben, äh, wirklich, äh, alle, was da so waren, haben wir vorhin mal nachgekommen. Da. Da, wo muss ich hin? Was hat einem wehtun? Was hat einem ordentlich wehtun? Da haben wir jetzt mein Dome klein. Er agiert momentan als Tank. Oh, das sind doch einige. Die, sie rennen alle. Sollt machen. Ich glaub, die wollen uns nur rausziehen. Sieht, sieht absolut so aus. Ja. Na, verdammt. Vier. Vier kleinen Pissköpfe. Zu viel. Ja, die haben nicht probiert, was die haben nicht mehr rückwärts können. Verdammt nochmal. Die haben ganz genau gewusst, was sie tun. Verdammt nochmal, verstehst du? Da hab ich natürlich keine Chance. Auch wenn ich nur so nett bin, ja. Ja. Verdammt. Du musst dir da nützt, nicht einmal mehr Seite zu gehen, weil du nicht auskannst. Du wirst nicht probiert einfach. Pass auf, die kommen jetzt rein. Ja. Das Vergrüßungskomitee ist da. Wir freuen uns. So gerade der Tisch ist beteckt. Alter, warum hilft das keiner? Wenn du gerade oben schießt an der Balliste, wenn die reinkommen, dann die Klebe hoch. Man.